Also sterben Tue ich jetzt nicht so oft Außer das ist jetzt ein stärkerer Gegner Oder das ist irgendein Feldhut Das ist schon bei Hälfte Das ist doch gut Die muss von der anderen Seite versperrt sein Willst du mich verarschen? Ich finde Musi sollte sie alle trotzdem einspielen Ja los Musi, fang mal an Hey, warte Jetzt bezahlst du Ohne, ich hab heute Feiglinge Zurück fallen Du wärst leidig Nein, du bist tot Ja, gut Ich würde schon gerne eine Stufe höher stellen Ich finde Standards Irgendwie ein bisschen zu leicht Hm Hm So Ist das jetzt wieder auch am Ende der Welt? Ich muss das Spiel dann neu starten, und ich will grad nicht neu starten. Ich bin so faul. Da siegt die Faulheit. Oh, die quietschen aber. Ach, die PS-Symphlead ist doch schnell. Aber ich sehe nicht jede Sekunde, die ich nicht spiele. Ja, ich stelle auch morgen dann ein mit der Nacktheit. Auch wenn ich sie gerne anlassen würde. Aber ich habe ja genug Fantasie, um mir vorzustellen, was hinter den Sachen ist. Easy peasy. Wir sind so schnell und du willst nicht auf die Stube hören. Nee, ich bin faul. Kennt ihr das nicht? Ihr seid grad so mitten im Spiel und es ist grad so gemütlich. So viel verpasst du eigentlich, ehrlich gesagt. So viel verpasst du da gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, es ist ja nicht wegen verpassen, sondern... Twitch und so. Kann ich das kaputt machen? Ja, muss ich sagen. Ja, ja, Mose, ist klar. Ja, ja. Ja, Mose, ist klar. von hier oben nach unten gucken gott mach jetzt kein scheiß wert ich dachte er springt jetzt sieht schön cool auf alles herab herabschauen du fett springen land auf mirko töte ihn wenn es jemand nicht an schweinlicher fantasie fehlt an dir ich bin aber die harmloseste fass mal vor wir habe ich auch wieder bock so viele spiele macht der jetzt hier oben solchen kicken was ist das alles mein leben die früchte meiner arbeit allesamt und jetzt fehlt mir die kraft sie von dieser klippe zu werfen du hast alles hier hochgetragen nur um es hinunter zu werfen das pferd hat das meiste bewältigt nur so kann ich mein hab und gut in die nächste welt schicken meine kinder werden mich nicht damit begraben sie sagen sie wollen nichts davon aber ich weiß sobald mein licht erlischt verkaufen sie es wirst du mir deine kraft leihen alles von der klippe je weiter du bist desto höher ist die wahrscheinlichkeit dass etwas die nächste welt erreicht ist das so ja okay ich würde mal wieder eine gute nacht ohne machen also dann viel spaß noch bis morgen im stream außer ich habe morgen wieder schlapp hier schlaf schön dann hast du da war es sich warum ist alles in strom gebild ich will nicht danke für die fünf erdbeeren geht noch mal das möchte gerne drin ist ein bogen den mehr halfter an der schwarze gab weil ich könig siegdrück einen pfeil unter den linken arm jagte klingt nach einem guten schuss da drin ist eine silberne speerspitze von könig harald ja jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr ist er weg was dich auf den gedanken kommt es an danke für deine hilfe das hättest du nicht tun müssen freundliche und mutige menschen führen die besten leben aber ihr weg ist nicht immer der einfachste ich habe versucht gut zu leben es reicht dass die götter das wissen selbst wenn der name harek gantt in midgard vergessen wird und was wirst du tun nun da diese aufgabe vollbracht ist vollbracht das war die ankündigung für meine ankunft jetzt verlasse ich diese welt schönes leben noch das war ein schreck was bitte was passiert hier hier sind wieder bekloppte unterwegs wie das aussah ja ich was was ist wie ich das ich nicht es ich Hoffentlich hat er vorher keinen Red Bull getrunken. Ja. Auch gut, das ist sehr schön. So was liest man gern. Wenn alle NPCs hier so einen Knall haben, freue ich mich schon. Oh Mann. Fängt schon wieder an. Mein Abschied. Danke schön, Pierre. Für den Klipp. Oh Mann. Mega nice, das Spiel. Bis jetzt gefällt es mir auch sehr gut. Ich hatte das Spiel schon eine Woche rumliegen, aber ich konnte es noch nicht spielen. Und ich freue mich, dass ich das jetzt endlich spielen kann. Und ich mag ja auch das Wikinger-Setting. Das ist richtig geil. Ah, Schnee. Ich muss das immer wieder sagen. Ich liebe Schnee. Oh, bist du süß. Leider brauche ich immer euer Leder. Es tut mir leid. Mal. Mal. Hoffentlich hast du einen Berg in der Nähe, der hoch genug ist. Was? Oh, wow. Und wie ist die PS5 so? Hat meine leider noch nicht. Oh, das ist blöd. Meine war auch sehr... Es war wackelig, dass ich die Worte bekomme. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Die ist auf jeden Fall schnell. Manchmal pustet die ein bisschen, aber es ist halt, wenn sie mal kurz arbeitet. Aber ansonsten ist meine sehr, sehr ruhig. Also ich bekomme davon gar nichts mit. Läuft alles schön flüssig. Ja, bis jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde das Home-Menü nur ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde es etwas lieblos. Ich vermisse auch, dass man so seine eigenen Hintergrundbilder machen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Aber ansonsten läuft es flüssig. Und ich habe ganz dringend eine neue Konsole gebraucht, weil meine PlayStation 4... Ja, die will nicht mehr. Deswegen habe ich ja gewartet in der Hoffnung. Ich hatte einmal Glück dieses Jahr. Einmal? Wo ist jetzt hier... Wo... Was? Was ist denn das? Das ist doch bestimmt jetzt irgendwo runterklettern. Und in der Höhle oder so. Habe ich recht? Muss ich jetzt hier wieder so eine Kletteraktion machen, die mich umbringt? Was ist denn da vorne? Das sieht doch vielversprechend aus. Oh, ich dachte, sie springt jetzt daneben. Ah, Keks hat schon beantwortet, die Frage. Ja, ich habe das Spiel heute erst angefangen. Ich war ganz geduldig. Und die Bemalung ist, weil die Community wollte... Jetzt fängt es an zu kribbeln. Moment. Es war eine Community-Herausforderung, dass ich mich, wenn ich Valhalla anfange, auch in so einer Bemalung hier bin. Nur leider nervt es gerade ein bisschen. Ja. Unglück, sie sind nicht daneben gesprungen. Weil du sonst trinken müsstest. Ach, ich muss ja auch mal was trinken. Sieht sehr modern aus. Ja. Das stimmt. Meine soll nächsten zwei Wochen kommen. Dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du die dann auch wirklich bekommst. Ah, das ist echt im Moment eine Katastrophe, wie das abläuft. Aber wäre cool, wenn du die noch dieses Jahr bekommst. Aber sie verändern mal wieder was? Was soll ja, die können sie verändern. Aber ich glaube, es ist so ein Spielerlebnis. Das Spielerlebnis gemeint, oder? Oh, nicht runterfallen. Was ist denn das? Nicht überhaupt richtig. Ich traue mich hier gar nicht zu klettern. So viele Berge und so wenig Eisenerz. Ja, oder ich laufe die ganze Zeit daran vorbei. Das glaube ich eher. Oh, nein. Warum bewegst du deinen Kopf? Was soll das? Ach, ich hasse dich. Halt an! Die Trahle holen dich! Er holt mich. Das sah etwas schmerzhaft aus. Ich gehe mit Schnee suchen. Bis gleich. Warum ging das nicht? Noch mehr Gegner? Ach, du bist auch ein Gegner. Oh, der hat mich gerade nicht aufgepasst. Wer bist du denn? Der Schädelspalter. Der Schädelspalter. Ich spalte mir was an. Jetzt komm mal her. Neckar. Spalte dir jetzt was an. Ich habe es dir gesagt. Wollte es nicht hören. So, was kann man jetzt hier sammeln? Ich sehe es nicht. Bin ich wieder blind? Ich sehe es nicht. Ist das die da unter mir? Koks, Keks, Keks, Keks? Was? Was? Ja, sind wir zumindest dafür? Was? Wir würden zumindest dafür sorgen, dass du weniger Pinkelpossen beim Zocken hast. Marcy. Was soll das jetzt heißen? Weil ich so wenig auf Klo gehe? Ja, das kann leicht nach hinten losgehen. Das stimmt. So, wo ist denn jetzt hier... Wo ist jetzt mein Schatz? Schatz. Ach so, und danke für den Follow. Wenn ich mitbekomme. Hm. Da ist ein Wasserfall. Das Spiel verwirrt mich gerade. Oh mein Gott. Wenn ich runterfalle, ist die Geo schuld. Meine Mods sind sehr schnell gerade hier. Ich komme ja gar nicht dazu, zum Antworten. Dankeschön. Äh, morgens tun mich ausnahmsweise auch noch. Also, jetzt am Samstag. Nochmal. Ich denke, abends eher. Ich muss nämlich nochmal einkaufen gehen vorher. Okay. Und sehen sie, wenn sie gerade gelöst hat. Also, wie jetzt am Samstag nochmal. Genau. Ich habe mega Bock, das Spiel weiterzuspielen. Aber regulär ist, wie geschrieben wurde, Montag, Mittwoch und Freitag. Und Freitag ist immer Eskalation-Stream. Das heißt Open End. Keine gute Idee. Was ist denn jetzt mit dem leuchtenden Punkt da oben? Muss ich da irgendwas machen? Ich check's gerade nicht. Ich habe auch Bock, das Game weiterzuspielen. Machst du! Wer von euch spielt dann noch Valhalla? Und die größere Frage ist, habt ihr den männlichen, Ava, oder den weiblichen? Ich musste mir das schon vorher überlegen. Ich wollte eigentlich den männlichen nehmen, wegen dem Bart und so, weil das richtig cool aussieht. So ein Wikinger und der geile Bart. Der sieht halt auch cool aus. So, und was macht man jetzt bitte hier? Soll ich mich verbrennen? Soll ich ihn verbrennen? I don't know. Sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich warte, dass die PS5 kommt. Dann spüle ich, glaube ich, äh, glaube ich werde männlich auswählen. Ja, der sieht, das ist ja auch richtig gut. Das ist auch im Berg, oder? Ich hasse sowas. Oh, und hier ist so ein Aussichtspunkt. Ich werde es mir zu Weihnachten holen, da es vielleicht auch im Sale viel wichtiger ist. Erstmal Cyberpunk. Falls es nicht schon wieder verschoben wird. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ob es wirklich, dass Cyberpunk noch dieses Jahr kommt, Skrull? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Es wäre schön. Aber ich glaube auch nicht. Ich meine, mich würde es jetzt nicht stören. Ich habe genug Spiele. Und wenn sie sagen, sie brauchen wirklich noch, noch mal mehr Zeit. Dann ist das jetzt. Man will ja ein schönes Spielerlebnis haben und nicht irgendwas, was unfertig ist oder zu viel Bugs hat. Oh, das ist das Odin's Sicht, die ja keine Hilfe ist, wie man da hinkommt. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen schwammig hier, finde ich. Ich weiß halt nicht, wo das jetzt ist. Ist das jetzt im Stein drin? Das ist jetzt unter mir. Das ist halt jetzt wirklich ziemlich doof. Ich reise extra hin, um das zu sammeln. Ich hoffe mir das Beste. Joa. Wenn Cyberpunk kommt, dann wird der Dezember sehr lang. Ja, sehr streamreich. Weil ich muss ja noch Spider-Man spielen und Yakuza und das hier dauert auch noch viele, viele Stunden. Und ab und zu nochmal Phasmophobia spielen, weil das halt auch voll viel Spaß macht, sich zu erschrecken. Dinga-Dinga-Dung-Was? Ja. Ah, dieses Geräusch, wenn man durch den Schnee läuft. Noch eine schöne Rolle. Eigentlich brauche ich ja Leder, ne? Aber die sind so süß. Aber ich brauche Leder! Guck weg! Guck mich nicht an, sonst bin ich wieder die Böse. Einfach nicht hingucken, einfach nehmen. Einfach nehmen und gehen. Und ich muss bis da nach oben. Oh mein Gott. Ja, das weiß ich ja mit dem Fall. Aber das schien ja in der Ebene zu sein, wo ich bin. Aber da war nichts. Deswegen verstehe ich es gerade nicht. Mörderin, Peter! Man kann nur nichts dafür. Oh, wie geil das war. Hier oben sitzen, Lagerfeuer. Und dann Meht trinken. Bin dabei. Merkwürdig. Ja, da lag nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist, oder ob ich da jetzt was übersehen habe. Anarak Bergspitze. Hier ist ein Feuer. Das heißt, hier sind irgendwie Leute. Oh, ne? Truhe plündern und da war auch noch Zettel. Hier kritzelte Worte von Ragenwald Wanderskalt. Was? Der Name. Die alten Götter sind tot. Auch unsere werden sterben, nachdem das letzte Totenlied verklingt. Berühren, Imius. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ich weiß aber, wer das ist. Knochen, noch immer den Himmel. Okay. Das spricht man ganz anders halt aus. Kann das nicht. Nördlichter würde ich auch gerne mal sehen. Oh, ich auch. So einen richtig krassen Sternhimmel. Ich liebe das, in den Himmel zu schauen und dann sind da Sterne. Aber wir haben hier halt... Das ist ein Witz. Ich finde ja den Weltraum sehr faszinierend. Und gruselig zugleich. Das ist ein Witz. Silber. Oh, der Ausblick wirklich richtig geil sind, glaube ich. Das ist ein Witz. Okay. Okay. Da oben jetzt Meht trinken, aber bloß nicht betrinken, sonst fliegst du unten. Kann ich jetzt hier einfach runterspringen? Ich trau mich, ich trau mich null. Der PS5-Speicher ist viel zu klein, Männer, ist schon fast voll. Ja, finde ich auch. Und weißt du, was noch was Witzige ist? Ich habe ja die Playstation 4-Version von Assassin's Creed und ich habe geupgradet auf Playstation 5. Das hat dann einfach den doppelten Speicher jetzt. Ich habe jetzt einfach zweimal Assassin's Creed drauf. Das sind einfach mal so fast 100 GB weg. Und ich habe es gelöscht, Playstation 4, die Version. Das lädt sich einfach automatisch die ganze Zeit wieder runter. Das ist so kacke. Aber der Speicher ist wirklich sehr, sehr klein. Ich weiß nur, dass es in der Playstation 5, wenn man die aufmacht, da noch ein extra Slot gibt für eine externe Festplatte, die man reinmachen kann. Aber es muss halt eine von Sony sein. Und am besten auch SSD geeignet. Weil sonst funktionieren die Playstation 5 Spiele nicht richtig. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Weil läuft ja alles jetzt sehr, sehr schnell. Puh, da wäre ich Dienstag nach dem Trinken abgestört. Kann ich jetzt hier einfach beruhigt runterspringen? Ach komm. Das sieht irgendwie falsch aus. Das ist so. Ich dachte jetzt, ich sterbe. Okay, das ist echt mies. Ja, aktuell gibt es ja noch keine. Müssen wir warten, Scribble. Ich habe nämlich auch vor, zu erweitern. Das geht gar nicht. Das ist viel zu wenig. Also bei mir sind einfach auch schon mal 200 Gigabyte weg. Für drei Spiele. Einfach weil die Playstation-Version hier auch noch doppelt gezählt wird. Mit Gigabyte. Das ist doof gemacht. So, wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir dann irgendwann mal nochmal anschauen hier. Oh. Warum ist das noch markiert? Geht die Markierung nicht weg, oder was? Ich muss ja eigentlich hier rüber. Empfohlen Stärke 2... 180. Was? Vielleicht sollte ich da noch nicht hin? Welche Stärke habe ich denn? Ich habe 23. Ich habe 23. Ich habe 23. Was? Und ich soll... 280? Was? Die können mich mal. Ich bin viel stärker. Oh mein Gott. Wo waren wir denn noch nicht? Guck mal, hier ist so noch... Hier ist... Hier ist irgendwas. Wollen wir mal da hin? Kann ja nicht sein. Wo ist denn jetzt hier so ein Basen-Anker? So einfach ist es da schon nicht mit den Aufrüsten-Keks. Außerdem muss es wenn dann schon mal eine 4.0-MS sein. Weil sie immer so nicht im nächsten Mal einfach frei gibt. Wenn du Infos hast, Gryll, dann, ne? Du kannst es gerne schreiben. Ich bin da auch sehr interessiert. Naja, einen ganzen Terabyte hat man gar nicht, glaube ich. Man hat irgendwas mit 800 noch was. Irgendwie. Oder so. Keine Ahnung. Das ist halt echt... Das ist echt nicht viel. Ich kenne das schon von der PS4, dass ich mit... Ich hatte da 500 Gigabyte. Ich bin damit gar nicht klar gekommen. Wie mache ich denn jetzt diesen doofen... Diese doofe Markierung weg? Ah, doch nicht. Ich dachte, diese Markierung ist hier noch. Ich bin schon ein bisschen Matsch im Kopf. I'm sorry. Fähigkeiten! Ja! Was gibt's denn Neues? Was ist denn das? Kill him's Jäzorn. Das ist genau das Richtige für mich. Alter! Ich brauche einen Gegner. Willst du kämpfen, Kind? Ich will dir meinen Jäzorn zeigen. Verdammt! Ich brauche Gegner. Wie geil ist das denn? So richtig aggro. Mal gucken, ob jetzt meine Crew wieder hier... ...gebackt. Diesmal nicht. Sehr schön. Vor allem haben sie alle in der Luft gehangen. Ganz komisch. Das Segel bleibt noch unten. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Das Segel ist jetzt bereit. Na dann los! Mehr Segel! Hö! Wuhu! Danke schön, Sense. Die Farbe verblatzt nur langsam, weil ich schwitze und... ...meine Augen drehen. Aber das sieht man gar nicht so. Gott sei Dank. Wobei das eigentlich kackegal ist. Die haben sich das ja auch einfach nur herangeschmiert und fertig. Ich bin gerade bei Stärke 229. Oh wow. Ich kriege hier jetzt so viel Stärke, bitte. Jetzt hier noch der Schatz. Warum leuchtet das denn nicht mehr? Komm. Ja, auch weil das Spiel schön ist, genau. Mir ist aber mein rechtes Auge heute die ganze Zeit... ...meine Kontaktlinse im rechten Auge ist heute ein bisschen arschig zu mir. Piekt immer. Du hast ja schon mal ein Zehntel der Stärke, aber Geschick macht einiges selbst richtig. Jetzt habe ich ja die beste Fähigkeit. Ist das einfach nur Gewässer, was ich noch nicht bereist habe? Ah, ja, okay. Das ist einfach so die Zone, die ich noch nicht erfahren habe. Cool. Ja, 280. Ja, hier drüben bin ich einfach nur RIP. Und hier drüben. Koppel. Und hier drüben. Und hier drüben. Und hier drüben. Vielen Dank.